So Freunde, hier unsere neue E-Ameise oder unser E-Stapler. HE 1203 steht dafür, dass er 1200 Kilo heben kann, bis 3 Meter Hubhöhe. Ganz klassischer Aufbau. Hier eben ein Schalter, hier ist ein Notaus, eine Batterieladestandsanzeige, Stundenzähler. So, Schlüssel an. Okay, automatische Bremse. Da haben wir noch einen, wenn noch einer einen haben möchte. Wir haben zwei Auflager jetzt. So und dann hier ganz simpler Aufbau, kleine Hubhöhe und eben ein Knöpfchen. So, Schlüssel an.